Herr, ich bete und segne die Nation mit Jesaja 58, 12. Die, die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Ja, Herr, ich glaube und erkläre, dass es jetzt an der Zeit ist, die alten Ruinen wieder aufzubauen und deine Wohnstätten vorzubereiten. Ich erkläre, dass wir eine Familie sind, die deine Wohnstätten baut, wiederherstellt und vorbereitet. Das ist unsere Endzeitberufung. Auch Covid-19 kann uns nicht aufhalten. Der Feind hat versucht, Gemeinden durch dieses Virus zu zerstreuen, aber es hat dazu geführt, dass kleine, familienbasierte Gemeinden entstanden sind. Danke Gott, und ich bete, dass es eine große Erweckung geben wird, wie wir sie in der früheren Kirche erlebt haben. Amen. Amen. Amen.